Willkommen zu Drift Bastardis, Episode 4 6? 5! Kizza Tuning 1 Keine Ahnung Also wir sind in Turbonesa Für zwei Tage Drift Hallo Josef Ist es bereit? Turf 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 Wir fahren unter dem Oh nun ist es so Ja und ich Aufsgrenzen Turf Wurigaila Helmet Abolio! Wuhuhuhu Oh fuck Das ist immer noch so cool. Ich hab jetzt den 10. Corona-Aula Hey tschöööö Also wie gesagt Ist Tag 2 heute Der Juri ist auch da Mega geil Hallo Hallo Internets Also wie gesagt Das ist jetzt Folge 4 oder 5 Wir müssen das Bourbon nehmen Das ist der mächtigste Basher-Track Im Universum Ist nach jeder Karrer ein Tod geweiht Wir sind zwei Tage da Und heute ist der zweite Und ich hab sehr unstrukturiert Video gemacht Also machen wir so ein Raw-Video daraus Einfach Full-Send Tschüss Gute Haare Gute Haare Immer gute Haare Ich mach jetzt Trackwalk Äh Pitwalk Trackwalk Schilze Du bist die einzige Musche, die dein Auto wärst Schilze Ja, das ist so Ja, das ist so Schilze Schilze Wie fühlst du dich? Weißt du So Hab ich den Bein? Nice! Das ist so nett. 2.X-Age Weggers! Nice! Okay, let's go! Warte, gleich kommen die anderen Weggers! So, fahr auf irgendetwas. Ja, da ist die Lenkung. Ja, Lenkung oder Reifen. Nice, man! Another one! Tire, fuck! Aber ist nur eine Tire? Ja, ich glaube es ja. Ich denke auch. Hä? Ja, eben, unsere Pneu jetzt verschlissen! Nimm mal einen Fisch! Warte, warte! Warte, warte! Dave, zeig ihm mal die Front. Warte, steig ihm mal! Oh, sieht toll! Ja, sieht toll! Das ist ein anderes Schicksal! Entschuldige die Lampen! Eine weitere Zeit! Super Fakt! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Hey, hey! Wie geht's? Warte, schimmel mal ein Video! Nice! Ouuu! Uff! Crash! Damage! Au, bis vorne, oder? Auf! ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe fünf Runden, du hast mich getappt und ich habe gedacht, safe. Oh, es geht um hier und ich habe mich getелеinen. Ich habe alles. Nööööö.